Mein Einstieg in die Luftfahrtbranche begann als Werkstudent im Konstruktionsbüro der Dornier Reparaturwerft. Das war hochinteressant, aber letztendlich wollte ich gerne mit Kunden arbeiten. Zunächst im Customer Support bei Messerschmidt-Böker Blom und dann als Vertriebsingenieur und Leiter bei Dornier, Grob und Beachcraft. 2011 wechselte ich aus dem Süden zu Atlas Air Service nach Bremen als Verkaufsdirektor. Mit Embraer wurden wir auch 2015 auf Anhieb Autorized Sales Representative of the Year. Wir sind nun die Experten am Markt für die Bestseller-Marken Embraer, Cessna und Beachcraft. Wir bieten unseren Kunden das beste Allround-Paket. Kaufberatung, Vermittlung, Instanthaltung, Flugzeugmanagement und Verschatterung. Die Stärken und Schwächen jedes Flugzeugmusters kennen wir und können daher die Kunden passgenau auf ihre Anforderungen beraten. Mein Name ist Hans Doll, ich bin Vertriebsdirektor bei Atlas Air Service. Als gelernter Automechaniker entschied ich mich vor 23 Jahren für die Weiterbildung zum Luftfahrzeugmechaniker. Voller Begeisterung durfte ich von Anfang an miterleben, wie die Firma erste Schritte Richtung Wartung von Business Chats unternahm. Als Prüfer und Certifying Staff betreue ich und mein Team voller Freude kleine und grosse Projekte an den Flugzeugen unserer Kunden. Die kurzen Kommunikationswege kompetente Beratung und die familiäre Atmosphäre wird von unserer Kundschaft stark geschätzt. Unserem Unternehmen direkt am Bodensee ist es immer ein grosses Anliegen den Anforderungen unserer Kundschaft bestmöglich gerecht zu werden. Zusammen mit meinem Kollegen Carsten Hendriksen kümmern wir uns um das Daily Business. Mein Name ist Stefan Kroh und ich bin seit 2012 Hangar Chef bei der Alten Rhein Naviation. 13 Jahre ago I started my training as an aircraft mechanic on the Portuguese Air Force. After working for some of the top companies in my country, I got opportunity to work for AAL. And it's an indescribable excitement of coming to this Hangar every day and see all these different types of airplanes. Watching all these highly qualified technicians doing the best work on such a big range of tasks. This, since day one, makes me feel humble for what I still have to learn and the huge motivation and excitement to grow with everything our technicians have to teach. It's an honor to share my work with them on AAL. Hello, my name is Marco Silva. I am an aircraft mechanic at AAL trained on Cessna Citation 525 and TBM 700. Vor über 20 Jahren, nach meiner Ausbildung zum Fluggerätmechaniker bei der Bundeswehr, habe ich hier angefangen. Bis heute die richtige Entscheidung. Höchste Qualitätsansprüche und meine Bereitschaft, große Verantwortung zu übernehmen und kontinuierliche Fortbildung haben mich dahin gebracht, wo ich heute stehe. Als Flugzeugprüfer Certifying Staff betreue ich und mein Team die Muster Beechcraft, Nextend, Chestnut & Embryo. Dabei stehen Sicherheit, Kundennähe und Zufriedenheit an erster Stelle, inklusive eines 24 Stunden EOG Service. Mein Name ist Manuel Sandner, Jahrgang 77 und seit dreieinhalb Jahren Werftleiter bei Augsburg Air Service. Luftfahrt faszinierte mich schon seit Kindheitstagen. Wie kann so eine schwere Konstruktion überhaupt in Luft gelangen und Personen an die schönsten Orte der Welt bringen? Aufgrund meiner Begeisterung für die Luftfahrt entschied ich mich mit 18 Jahren für eine Ausbildung zum Fluggerätmechaniker bei Atlas Air Service. Nach zehn Jahren intensiver Lehr- und Berufsjahre bin ich nun lizenzierter Flugzeugprüfer und darauf bin ich sehr stolz, denn ich habe sehr viel Herzblut und Fleiß investiert, um dieses Ziel zu erreichen. Heute leite ich gemeinsam mit meinem Kollegen Torge die Werft in Bremen. Zu unseren Kunden pflegen wir ein vertrauensvolles und persönliches Verhältnis. Genau das zeichnet uns aus und macht sehr viel Spaß. Durch unsere Motivation und Professionalität haben wir uns als Full-Service-Dienstleister einen exzellenten Ruf in der Branche erarbeitet. Mein Name ist Dennis Lüdemann, ich bin Werftleiter bei Atlas Air Service. Schon als Dreijähriger stand ich am Fenster und habe den Flugzeugen am Himmel zugewunken. Als Erwachsener erinnerte mich dann wieder an meine Faszination für die Fliegerei und ich entschied mich kurzerhand für eine berufliche Laufbahn als Verkehrspilot. Heute bin ich Kapitän und Flugbetriebsleiter bei Atlas Air Service und jeden Tag aufs Neue begeistert mich dieser schönste Beruf auf Erden. Es ist eine Perfektion und eine Kombination aus Verantwortung, Technik, Natur und Freiheit. Beim Business Jet geht es nicht um Luxus, sondern eher um das Zeitmanagement. Wer viel reist, kann damit einen ganzen Monat Lebenszeit im Jahr einsparen. Das bedeutet so viel mehr an Lebensqualität, aber auch mehr an Flexibilität und Effizienz. Mein Name ist Rasmus Strux und ich bin seit zwölf Jahren bei Atlas Air Service. Nach der Ausbildung zum Luftfahrzeugtechniker und Weiterbildung zum Avioniker wechselte ich 2016 nach elf Jahren Regionalfliegerei in die Business Aviation. Gemeinsam mit meinem Team bieten wir bei der alten Rhein Aviation von der kontinuierlichen Überprüfung der elektrischen und avionischen Anlagen über kleinere Modifikationen bis hin zu größeren Avionik-Upgrades unseren Kunden ein breites Portfolio. Nach einem persönlichen Gespräch arbeiten wir an einer kundenorientierten Lösung. Mein Name ist Christoph Forcher, ich bin Avionics Manager bei der alten Rhein Aviation. Guten Tag, ich beginne studieren, um ein Aircraft Techniker zu werden, am Anfang 2017. Nachdem ich die Basiken gelernt habe, habe ich mich auf die Plätze zu suchen, um meine Erfahrungen zu erweitern. Ich war glücklich, dass ich hier bei AEL in 2019 gewonnen habe. Seitdem ich hierher kam, habe ich die Chance zu arbeiten und lernen von Experienced Aircraft Engenheir. Ich habe ich letztendlich für und wurde meine B-1-License gewonnen. Die nächste Stufe wird zu arbeiten, um die Gulfstream 150 und Phenom 300-Type-Ratings zu erweitern. Es ist ein Freude zu arbeiten in einem Unternehmen mit so vielen unterschiedlichen nationalitäten, aber wirklich, es ist auch wie wir eine Familie sind. Mein Name ist Friedhofs Nordsjön. Ich bin 3080 Road und komme aus Iceland. Als gelernter Bootsbauer bin ich über eine Cabin Outfitting Firma in die Business Aviation geraten. Je näher ich dieser Materie gekommen bin, umso mehr habe ich angefangen, mich für die Luftfahrt zu faszinieren. Es war dann schlussendlich mein technisches Interesse, das mich dazu bewegt hat, eine Ausbildung zum Flugzeugmechaniker bei der alten Aviation anzufangen. Mit der breiten Unterstützung der Firma habe ich nur dreieinhalb Jahre die praktische Ausbildung abgeschlossen und bin jetzt Certifying Staff auf der Gulfstream G200. Ich schätze es sehr, da in Altri Teil von einem sehr internationalen Team zu sein. Mein Name ist Stefan Schlegel und ich bin lizenzierter Flugzeugmechaniker bei der Altri Aviation. Direkt nach meinem Abitur habe ich bei Atlas Air Service angefangen. Nach meiner Ausbildung zum Fluggerätmechaniker bin ich dann zu NDT gewechselt. NDT steht für Non Instructive Testing und bedeutet zu Deutsch zerstörungsfreie Werkstoffprüfung. Unser Team prüft Luft- und Raumfahrtbauteile auf mögliche innen und außen liegende Fehler, ohne dabei das Bauteil zu beschädigen. Hierfür stehen uns spezielle Prüfverfahren zur Verfügung, wie zum Beispiel die Wirbelstrom-, Röntgen- oder Ultraschallprüfung. Unsere Arbeiten dürfen wir an Fluggeräten jeglicher Art durchführen. Vom kleinen Sportflugzeug über Hubschrauber bis zum A380 ist alles dabei. Besonders spannend ist, dass wir weltweit im Einsatz sind. Es kommt auch schon mal vor, dass wir beispielsweise kurzerhand nach Estland oder Dubai fliegen, um dort eine Prüfung durchzuführen. Mein Name ist Mario Großkopf und ich bin NDT-Prüfer bei Atlas Air Service.